Past Perfect Progressive Meisterdetektivin Christy Clark hat einen neuen, hochbrisanten Fall zu lösen. Der Hund der Queen, Corgi Monty, ist verschwunden. Mit Hilfe der Zeugenaussage der Queen kann sie den Tagesablauf von Corgi Monty ganz genau rekonstruieren. Er hatte tief und fest geschlafen, bis ich ihn weckte. Dieser Satz enthält zwei unterschiedliche Zeiten. Einmal das Simple Past, die einfache Vergangenheit, und das Past Perfect Progressive. Das Past Perfect Progressive ist die Verlaufsform der Vorvergangenheit, beziehungsweise des Plusquamperfekts. Beide Zeitformen stehen für abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit. Doch was genau ist das Past Perfect Progressive eigentlich? Mit Hilfe dieser Zeitform kann man die Dauer oder den Verlauf einer Handlung in der Vorvergangenheit betonen. In unserem Beispielsatz wird betont, dass Monty die ganze Zeit tief und fest schlief, bis die Queen ihn weckte. Diese neue Handlung steht im Simple Past. Bis die Queen ihn weckte, hat Monty also ein Nickerchen gemacht, das eine Weile dauerte. Die Länge des Schlafes wird betont. Ist das Ergebnis der Handlung wichtig, nicht die Dauer, brauchst du das Past Perfect. Er hatte bereits gebadet, als ich nach Hause kam. Hier ist nicht wichtig, wie lange er gebadet hatte, sondern, dass er gebadet hatte. Das Ergebnis der Handlung, nicht die Dauer, steht im Vordergrund. Aber beide Zeiten drücken aus, dass etwas vor einem anderen Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfand. Zur Wiederholung. Beide englischen Zeitformen werden im Deutschen mit dem Plusquamperfekt übersetzt. Die Verlaufsform gibt es im Deutschen so nicht. Da Christy allerdings herausfinden möchte, wann Monty verschwunden ist, muss sie ganz genau wissen, wie lange er was gemacht hat. Die Dauer der Handlung steht im Vordergrund. Diese Zeiträume beschreibt die Queen mit dem Past Perfect Progressive, der Verlaufsform der Vorvergangenheit. Er hatte einen Spaziergang im Garten gemacht, bis es anfing zu regnen. Wie wird das Past Perfect Progressive denn eigentlich gebildet? Mit had been und dem Present Participle. Das Present Participle wird gebildet, indem an den Infinitiv eines Verbs, hier walk, die Endung ing gehängt wird. Wieder wird mithilfe des Past Perfect Progressive die Dauer der Handlung betont. Monty war spazieren, bis es anfing zu regnen. Der Regen hat Monty's Spaziergang unterbrochen. Das Simple Past steht für die neue, aber ebenfalls abgeschlossene Handlung in der Vergangenheit. In diesem Fall den eintretenden Regen. Normalerweise spielt Monty nach seinem täglichen Spaziergang. Er hatte seit zwei Stunden gespielt, als die Türklinge ging. Mithilfe des Past Perfect Progressive wird erneut die Dauer der Handlung betont, nämlich, dass Monty bereits zwei Stunden gespielt hatte, als die Klinge ging. Mit Signalwörtern wie For two hours For a while Since eight o'clock oder All day kann die Dauer der Handlung noch betont werden. Christy Clark hat ein gutes Gefühl. Sie ist sich sicher, dass sie fast weiß, wo Monty ist. Doch eine Sache muss sie die Queen noch fragen. Had you been watching him all the time until the doorbell rang? Sie möchte wissen, ob die Queen ihn die ganze Zeit beobachtet hatte, bevor die Klingel ging. Bei Fragen muss das Hilfsverb vor das Subjekt gestellt werden. Die Bildung ist wie gehabt. Had been plus present participle. Yes, I had been watching him the entire time. Ja, ich hatte ihn die ganze Zeit beobachtet. Christy Clark fragt nochmal nach. Had you been feeding him? Hatten sie ihn gefüttert? No, I hadn't been feeding him the whole day. Nein, ich hatte ihn den ganzen Tag lang nicht gefüttert. Oh weh. Armer Monty. Die Verneinung wird im Past Perfect Progressive mit Had not been und dem Present Participle gebildet. In der Kurzform ist had not einfach hadn't, wie es auch in unserem Satz steht. Jetzt weiß Christy ganz genau, wo Monty ist. Doch zuvor noch schnell die Zusammenfassung. Das Past Perfect Progressive ist die Verlaufsform der Vorvergangenheit. Damit betont man die Dauer einer Handlung in der Vergangenheit. Gebildet wird es mit had been und dem Present Participle. Ah, Christy Clark konnte ihn aufspüren. Sein Hunger war wohl zu groß. Ja, Christy Clark konnte ihn aufspüren.